Yo, was geht ab, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen. Ja, ich weiß, es kamen lange keine Videos mehr. Ich war auf einer Reise, ich war in Saudi-Arabien. An alle, die mich auf Insta und Snap verfolgen, die wissen ganz genau Bescheid. Ja, ich bin wieder zurück und habe erst mal ein paar Tage gebraucht, um ein neues Video zu drehen. Und ich dachte mir, komm, das allererste Video, was ich im Jahre 2019 drehe und hochladen werde, wird der Idiotentest sein. Das Format, was mich sozusagen damals hochgebracht hat, womit ich meinen Durchbruch hatte. Und ja, und wir sind extra heute hier nach Frankfurt hingefahren und wollen einfach mal die Intelligenz der Menschen testen. Und ja, ich würde mal sagen, das Video gefällt euch. Wenn ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr auch wollt, dass ich in eure Stadt komme und ein paar Quizfragen drehe, was auch immer, Integrations-Test und so weiter, schreibt es mal in die Kommentare, bombardiert es mit eurer Stadt und vielleicht komme ich in deine Stadt. So, Freunde, an alle, die sich erinnern, wir hatten diese zwei Jungs hier schon mal in einem Video und zwar bei einem Integrationstest. Erstmal, Jungs, wie geht's euch? Alles gut? Gut, gut, gut. Alles gut? Alles klar, brav. Okay, komm, Jungs, wir haben heute den Idiotentest dabei. Ich stelle euch einfach ein paar Fragen, ihr müsst sie beantworten. Als er der erste ist, wie alt bist du? 18. Und du? 18. Okay, wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt wärst du dann heute? 11. Und du? Ja. Vor 6 Jahren? Ja. Ja, 11. 18 minus 6, 11. 12, 14, 13, 12, 11. 11, 11, 11. Ey, 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 ey. Mama mia, ey, ey. Erstmal, du bist die? Diria. Diria, okay. Was hast du noch mal gerade zu dem Jungen gesagt? Was ist der? Was? Der Junge. Ach, süß. Also der, der da hinten ist. Sind wir da rufen? Komm mal her. Komm mal hier hin. Du süßer, kleiner Bursche. Komm mal neben mir. Komm mal neben mir. Playboy, Alter. In deinem Alter, ne? Wo war ich auf der Wand, Alter? Wie alt bist du? 14. 14? Ja. Ja, Playboy, Maschallah, Alter. Okay, wen findest du süß? Mhm. Ist der genau dein Typ? Typ, der ist noch klein und so. Wie alt bist du denn? Ich bin fast 17. Also würde das nicht klar gehen mit 14? Nein, also so ein Junge sollte ich schon etwas älter sein. Wie alt bist du nochmal? 14. Ich bin 18, 18, 18. Wie alt bist du? 17, ne? Wenn du vor sechs Jahren geboren wärst. Wie alt wärst du dann heute? Hm, 11. Wie hast du gerechnet? Äh, minus 6. Stark. Hey, du bist sie? Rania. Wie alt bist du? 17. Wenn du vor sechs Jahren geboren wärst, Rania, wie alt wärst du dann heute? Ist das eine Verarscherfrage? Nein, nur einfach rechnen. Jetzt wirklich? 11. 11? Ja, richtig. Okay, wie hast du gerechnet? Hättest du voll Angst vor dir? Ich glaub du verarscht dich. Warum Angst? 17? Wie ne 6? Nein, nein. Viele denken viel, viel weiter nach und machen es nicht komplett und sagen ganz andere Sachen. Viele sagen einfach 6, was gar keinen Sinn ergibt. Achso, okay. Aber egal. Erstmal, hi, du bist der? Ibo. Und du? Mohammed. Wie alt bist du? 16. Und du? 15. Wenn du vor sechs Jahren geboren wärst, wie alt wärst du dann heute? 10. Und du? 18. Erstmal, hi, du bist sie? 10. Und du? Dealer. Wie alt bist du? 18. Und du? 19. Wenn du vor sechs Jahren geboren wärst, wie alt wärst du dann heute? 12. Was? Vor sechs Jahren? 12. Und was sagst du? Nein. Warte. Wenn ich vor sechs Jahren geboren werde, wär ich 6. Wie hast du gerechnet? Minus 6. Ich bin mit Jacke und drei Pullis darunter. Ist die nicht kalt? Ist die nicht kalt? Ja, bin die nicht kalt? Ich hab den ganzen Tag gearbeitet. Es ist am Ölen. Dann bleibt so. Okay. Erstmal, hi, du bist die? Rafa. Und du? 11. Wie alt seid ihr? 15. Und du? 15. Okay. Wenn ihr beide vor sechs Jahren geboren werdet, wie alt werdet ihr heute? 9. 9? Ja. Wie hast du gerechnet? Nein. 15 Minus 6. Okay. Ganz gut. Wenn ein Ei fünf Minuten zum Kochen braucht, wie viele Minuten brauchen fünf Eier? Auch fünf Minuten. Maschallah. Ja, wenn das in der Gleichstellungtaste ist. Was sagst du? Mehr. Mehr. Es ist behindert, es ist behindert, es ist behindert. Wie viel? Was für? Eine Eier, eine Eier, fünf Minuten? Ja. Eins mal fünf, fünf. Wie viele Minuten? Zehn. Machen wir zehn. Okay. Zehn. Ein Ei brauchst fünf Minuten zum Kochen. Wie viele Minuten brauchen wir noch fünf Eier? Fünf Minuten. Weiii, 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 weiii. Mit diese auf lockere Augen zwinkern, tamam. Scheiße, warte mal. Fünf mal sechs ist dreißig. Wie kommst du auf dreißig? Ja, keine Ahnung. Nein, dreihundert meine ich. Ja, dreihundert. Okay. Wenn ein Ei fünf Minuten zum Kochen braucht, wie viele Minuten brauchen wir noch fünf Eier? Äh, ganz normal, aber so gleich. Dreißig. Dreißig, ne? Dreißig, ne? Sorry, dreihundert. Ich wollte schon sagen, Alter. Immer noch fünf Minuten. Warum? Weil du kannst ja mehrere Eier in einem Topf reintun. Mashallah, mashallah, das wird eine gute Ehefrau, okay. Jungs, habt ihr einen Job? Ja. Du? Okay, guck mal. Es gibt in Deutschland über vier Millionen Arbeitslose, ne? Wie viele von diesen vier Millionen haben keinen Job? Ah, warum fragst du mich? Woher soll ich das wissen? Äh, über vier Millionen, äh, warte? Was? Vier Millionen, vier Millionen, Digga. Vier, vier, halb. Vier Millionen oder vierzehn Millionen? Warte, erst mal einer. Ich hab ein Problem mit... In Deutschland gibt es über vier Millionen Arbeitslose. Wie viele davon haben keinen Job? Alle, willst du mich arschen? Alle, alle, vier Millionen Arbeitslose. Äh, genau was du gesagt hast, alle, alle. Auf jeden Fall in Deutschland gibt es ja über vier Millionen Arbeitslose. Was denkst du von diesen vier Millionen? Wie viele davon haben keinen Job? Ungefähr, kann man nicht wissen, nur raten. Das ist wirklich tricky. Keine Ahnung. Zwei, zwei, drei Millionen. Von den vier Millionen, wie viele haben keinen Job? Bruder, lockert. Ja, man kann was nicht mehr sagen. Eine Million ungefähr. Was sagst du? Ich weiß nicht. Zwei Millionen. Zwei Millionen, okay, ungefähr um den Dreh. Momentan vier Millionen Arbeitslose. Ah, okay. Jetzt ist es kalt geworden. Ja, moin. In Deutschland gibt es über vier Millionen Arbeitslose. Wie viele davon sind momentan ohne Job? Was denkst du ungefähr? Von vier Millionen Arbeitslosen sind vier Millionen Arbeitslos. Oh mein Gott! Wow! Ah, okay, 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 okay. Okay, kennt ihr das Weiße Haus? Ja. Die da hinten. Nein, nein, das Weiße Haus. Ja. Wo ist das? Casablanca. Ist das nicht in dieser Tinkster, wo diese Moschee ist oder so? Was? Nein, das Weiße Haus in Amerika von Donald Trump. Ah, ja, doch, doch, doch. Welche Farbe hat dieses Haus? Weiß, oder? Nicht das Ganze. Es gibt auch ein bisschen Grün. Wo ist Grün? Ja, auf dem Boden ein bisschen so. Auf dem Boden, da oben, da steht alles Grün. Was weiß gesagt? Kennst du das Weiße Haus? Nein. Nein. Das ist in Amerika, wo Donald Trump und der Präsident. Ach so. Weißt du, welche Farbe dieses Haus hat? Nein. Was denkst du? Schwarz? Schwarz? Nein. Präsidentenhaus? Ja, ja. Welche Farbe könnte das haben? Schwarz? Wo kommst du drauf? Weil, keine Ahnung, weil diese Häuser meistens schwarz sind, denke ich mal. Ja, das ist schon nah dran. Oder dunkelblau? Fast. 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 Antrazit. Ach so, ist doch das Gleiche. Alles klar, Mann. Ja, ist das Gleiche. Dunkelblau-Antrazit ist kein Unterschied. Weiß? Sicher? Ja. Es heißt nur das Weiße Haus, aber hat eine Farbe von? Beige? Keine Ahnung. Weiß, oder? Das Weiße Haus. Okay, du sagst Weiß. Bleiben wir so. Könnt ihr gut rechnen? Ich ja. Du? Ja, ja. Okay. Was sind 6 plus 6 mal 6? 6 plus 6 mal 6? 6. 6 plus 6, 12 mal 6. Frag die mal. Rechne mal. 6 plus 6, 12. Ja, mal 6. 12 mal 6. Keine Ahnung, ich bin kein Taschenrechner, ich weiß es nicht. Versuch zu rechnen. Nein. 6 mal 2, ähm, 6 mal 2, 14. Ja. 6 mal 2, 12. Ja. 2, 1. Boah. Nein, 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 ich weiß es nicht. War da wirklich. 6 plus 6 mal 12. 6 plus 6 mal 6. Ja, ja. 6 plus 6 mal 12. 6 plus 6 mal 6. 6 plus 6 mal 6. 6 plus 6 mal 6. 24. 24. Ja. Hast du gerechnet? Nein, nein, nein. Ich habe kein Handy. Was sind 6 plus 6 mal 6? 6 Monate? Da, ich mach kurz. 2. 2. 2. Ähm, sind... Ey, warte, ich schwör, ich kann das. Ich weiß es. Punkt, fast Strichrechner. Ruhig, ruhig, ruhig. 6 plus 6 mal 6. 68. Boah, du Maschine, Alter. Du Maschine, Alter. Du Maschine, Alter. Du Maschine, Alter. Was macht ihr eh kurz? Boah, du Maschine! Und du, was sagst du? Nein, das hast du gehört. Bruder, gleich, Alter. Ich hab' nicht gehört, Alter. Was denkst du? 6 plus 6 mal 6, rechne mal. Alter, locker 12, gell. Du hast gehört, ne? Du hast gehört. 6 plus 6, 12. Ja. 12 mal 6. Äh, 72. 6 mal 6? 6 plus 6 mal 6. 42. Diese Verschwörung, wo die Torte fällt. 42? Nein. Was sagst du? 6 plus 6. 12? Weiter. Ähm, nein, doch. Wie viel? Rechne da einfach. 6 plus 6 mal 6. Ja, 6 plus 6 ist 12. Ja, mal 6. Mal 6 ist? Wie viel? Bist du dumm? Denk mal nach. Punkt vor Strich. Was, was? Punkt vor Strich, Mädchen. Ist doch plus 4 mal. Ja, ja. 62. Oh, tschau, Digga. Als ich, 6 Jahre alt war. War mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Heute bin ich 70. Wie alt ist mein kleiner Bruder? Heute bist du 70. Äh, kleiner Bruder. Er ist klein. Kleiner Bruder hast du gesagt. Deiner ist 70. Du bist, äh, 25. Du bist so dumm, ey. Als ich 6 war. Ja. War mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Ja. Heute bin ich 70. Wie alt ist mein kleiner Bruder? Hä? Der ist auch 70, oder? Der ist auch 70, ja. Ich sag 25. 25? Ja. Warte, warte, was hast du gesagt? Der war genau so alt wie du. Nein, als ich 6 war. Ja. War mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Der kleiner Bruder. Dann ist der... Wenn der, wenn... Wenn ich jetzt 70 bin, wie alt ist der dann? 35. 35. Hälfte. Ah, der... Ah, mon culé. Ah, mon culé. Guck mal, als ich 6 Jahre alt war. War mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Und wenn ich heute 70 bin. Wie alt ist mein kleiner Bruder? Ähm... Sechs... Ne. 57? Ja, 57. Wie kommst du drauf? Min... weil... Minus 3 einfach. Ganz einfach. 70 minus 3, 57. 50. Hahaha. Als ich 6 war. Die Hälfte. 3, Bruder. 3. Okay, heute bin ich 70. Wie alt ist mein kleiner Bruder? Äh... 35. 14. 35. Bruder, du bist eine Maschine! Du bist eine Maschine, Alter. Alles. Den mag ich, den mag ich, Alter. Richtiger Copy, ja. 35. Maschine. Was würdest du sagen? 30. Wie kommst du drauf? Halb so alt. Hahaha. Was bist du? 70. Wer ist noch gar keiner, Bruder? Äh, 25, 35. Was sagst du? Warum 35? Das ist doch die Hälfte. Okay. Jo, Freunde, das war's mit dem Video. Heute mal wieder aus Frankfurt. Neuer Teil vom Idiotontest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, Leute. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ich in eure City kommen soll, wenn ich dort einen Idiotontest, Integrationstest, was auch immer drehen soll. Bombardiert die Kommentare, Leute. Und ja, das war's mit dem Video. Und Leute, nochmal an euch. Bei meinen Idiotontests, bitte beleidigt die Leute nicht immer so sehr in den Kommentaren, also gar nicht. Lacht mit ihnen, aber nicht über sie, denn ich sag euch mal so, die Leute sind nicht immer dumm. Wenn man vor der Kamera steht, dann kann man auch immer leicht nervös sein und weiß einfach nicht, wie man antworten soll. Das Gehirn denkt einfach nicht so schnell mit. Daher, Leute, lasst uns mit den Leuten zusammen gemeinsam lachen und nicht über sie. Das ist nämlich scheiße. Wir möchten keinen mobben. Wir möchten einfach nur für Unterhaltung sorgen. Und ja, das war's mit dem Video. Mir ist scheiße kalt, Leute. Ich friere mir die Hände hier ab. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.